Herzlich willkommen zu diesem Video zur konfirmatorischen Faktorenanalyse CFA mit R bzw. mit LAWAN, dem SEM-Modul von R. Hier werde ich Ihnen mit einem einfachen Beispiel zeigen, wie wir die faktorielle Struktur eines Messinstruments über eine konfirmatorische Faktorenanalyse überprüfen können. Zunächst einmal müssen wir LAWAN laden. Den gesamten R-Code zu diesem Tutorial finden Sie auch auf einer Begleitseite. Der Link ist in der Videobeschreibung. Der Datensatz, mit dem wir die CFA ausführen, ist ein eingebauter Datensatz von LAWAN. Das heißt, Sie können selber die ganzen Berechnungen auch nachvollziehen, weil Sie auch Zugriff auf diese Daten haben. Dieser Datensatz Holzingers Weinfurt 1939 enthält die Daten von neun verschiedenen Subtests eines, ja im weiteren Sinne, Intelligenztests. Es sind also nicht einzelne Items, sondern X1 bis X9 sind Teiltests. Die ganzen Spalten davor sind für unser Beispiel jetzt erstmal nicht relevant. Schauen wir uns an, was die verschiedenen Variablen bedeuten. X1 bis X3 sind visuelle Tests, also visuelle Wahrnehmung. Würfel und Losenges sind so diamantenförmige Formen. Die nächsten drei Items haben eher eine sprachliche Komponente, Absatzverständnis, Satzvervollständigung und Wortbedeutung. Und die letzten drei Items sind Geschwindigkeitsitems, Addition auf Zeit, das Zählen von Punkten auf Zeit und die Unterscheidung zwischen geraden und gerundeten Großbuchstaben auf Zeit. Und das ist das Modell, was wir jetzt prüfen wollen. Wir gehen davon aus, wir haben eine dreifaktorielle Struktur, die ersten drei Items laden auf den ersten Faktor, die nächsten drei Items auf den zweiten Faktor und die letzten drei Items auf den dritten Faktor. Und wir gehen davon aus, dass alle drei Faktoren miteinander korrelieren. Dieses Modell wollen wir jetzt in LAWAN testen. Grundsätzlich hat eine konfirmatorische Faktorenanalyse wie jedes SEM-Modell sechs konzeptionelle Schritte. Es beginnt mit der Modellspezifikation, dann die Modellidentifikation, also die Prüfung, ob das Modell theoretisch schätzbar ist, dann die eigentliche Modellschätzung, dann die Modellevaluation, also passt das Modell zu den Daten, dann gegebenenfalls die Modellrespezifikation, wenn bei der Evaluation rausgekommen ist, dass das Modell noch nicht hinreichend zu den Daten passt. Und als letztes erst die Modellinterpretation. Was uns hier bei der Interpretation am ehesten interessieren wird, ist der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Faktoren. Also welche Korrelationen weisen am Ende die Faktoren auf? Beginnen wir mit der Modellspezifikation. Hier stellen wir unser Modell auf. Wir geben also einen Namen, dann den Zuweisungsoperator und dann in einfachen Hochkommas eingeschlossen die Definition des Modells. Hier geben wir nur die Ladung an. Wir vergeben auf der linken Seite den Namen für unseren Subfaktor. Da sind wir frei in der Bezeichnung. Dann gleich tilde. Das kann man übersetzen als wird gemessen durch. Und dann auf der rechten Seite die Indikatorvariablen aus unserem Datensatz, die diesen Faktor bestimmen. Das heißt, für alle Faktoren, die wir in unserem Modell haben, weisen wir zu, welche Variablen diesen Faktor bestimmen. Die Korrelation zwischen den drei Faktoren müssen wir hier nicht eingeben. Die wird von R automatisch geschätzt. Wir werden aber später auch noch sehen, wie man eine Korrelation eingeben würde. Da würde man statt gleich tilde einfach eine doppelte tilde zwischen den beiden Variablen aufführen, die miteinander korrelieren sollen. Der zweite konzeptionelle Schritt, die Modellidentifikation. Das ist ein relativ komplexes Thema. Zum einen geht es darum, wie viele Indikatoren man braucht, um einen Faktor messbar zu machen. Eine Faustregel ist, dass in der Regel drei ausreichen. Das wäre hier erfüllt. Es gibt aber auch Konstellationen, wo zwei reichen würden oder wo auch mehr als drei notwendig wären. Das zweite, was relevant ist im Bereich der Modellidentifikation, ist die Metrik. Wir müssen unseren latenten Faktoren eine Metrik zuweisen. Das heißt, wir müssen im Programm sagen, wie die latenten Faktoren gemessen werden sollen. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Alternativen. Die eine, und das ist die Voreinstellung von Lawan, der jeweils erste Indikator erhält eine Ladung von 1. Die zweite Option, die Varianz der Faktoren wird auf 1 festgesetzt. Bei einer Faktorenanalyse bevorzuge ich eigentlich diese zweite Variante. Das werden wir gleich bei der Schätzung sehen, wie man das erreicht. Kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Schritt zur Modellschätzung. Wir nehmen die CFA-Funktion, übergeben unser Modell, übergeben unseren Datensatz. Und dieser Parameter hier, std.lv, also standardisierte latente Variable gleich true, sorgt dafür, dass die Varianz unserer drei Faktoren jeweils auf 1 festgesetzt wird. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte Lawan stattdessen die Ladung für den jeweiligen ersten Indikator auf 1 gesetzt. Schätzen wir jetzt das Modell und gucken uns die Ergebnisse an. Ich rufe es eigentlich immer auf mit fitmeasures gleich true, dass ich also auch fitindizes bekomme, und mit standardized gleich true, dass ich auch standardisierte Ergebnisse bekomme, also Korrelationen, weil ich die deutlich besser interpretieren kann als Kovarianzen. Das war schon die Schätzung. Kommen wir zum nächsten Schritt, zur Modellevaluation. Als erstes hier oben, ended normally. Das heißt, Lawan hat eine Lösung gefunden. Das würde ich immer überprüfen, weil es kann in bestimmten Konstellationen auch dazu kommen, dass Lawan eben nicht konvergiert, sagt man, also nicht zu einer stabilen Lösung kommt. Und dann können Sie die Ergebnisse nicht interpretieren. Als nächstes gucken wir uns jetzt den sogenannten Model Fit an. Da gibt es drei Komponenten, die wir bei der CFA betrachten müssen. Den globalen Fit, also passt insgesamt das Modell zu den Daten. Den lokalen Fit passen auch alle Teile des Modells zu den Daten. Es kann nämlich sein, dass global das Modell im Durchschnitt so gerade eben passt, aber es bestimmte Teile des Modells gibt, die relativ schlecht passen. Und wenn gerade das die Teile sind, die für uns theoretisch relevant sind, haben wir ein Problem. Und als drittes müssen wir uns noch angucken, haben wir plausible und zulässige Parameterschätzungen. Fangen wir an mit dem globalen Fit. Für den gibt es zwei Sachen, die wir uns anschauen. Es gibt einen Modelltest, der prüft, ob das Modell exakt zu den Daten passt. Das tut es so gut wie nie. Und außerdem haben wir noch Fit-Indizes, die nicht mehr den Anspruch haben, dass ein Modell perfekt passen muss. Hier haben wir den Modelltest, den Schi-Quadrat-Test. Wir haben eine Teststatistik mit über 85 bei 24 Freiheitsgraden. Es ist hier hochsignifikant. Das heißt, unser Modell passt nicht genau zu den Daten. Als nächstes gucken wir uns daher die Fit-Indizes an. Ich betrachte primär drei Fit-Indizes, wenn ich so ein Modell überprüfe. Das ist der CFI. Der sollte nach den Empfehlungen von Hu und Bändler bei Punkt 95 oder höher liegen. Den Literaturverweis zu Hu und Bändler, das ist so das Standard-Paper zum Thema Fit-Indizes, finden Sie in der Videobeschreibung. Dann den RMSEA. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, wie hoch der sein soll nach Hu und Bändler möglichst unter Punkt 0,6. Ist hier auch nicht der Fall. Außerdem sollte hier unten dieser P-Wert nicht signifikant sein, idealerweise. Und als drittes der SRMR. Der sollte nach Hu und Bändler unter Punkt 0,8 sein. Das ist hier der Fall. Aber insgesamt sind zwei von drei Fit-Indizes doch noch deutlich schlechter, als sie sein sollten. Insofern würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal sagen, das Modell ist noch nicht wirklich befriedigend. Deswegen gucken wir uns die anderen Kriterien für ein Modellfit jetzt noch gar nicht an. Sondern wir gucken uns an, wie man das Modell vielleicht verbessern könnte. Also die Respezifizierung des Modells. Dazu rufen wir sogenannte Modifikationsindizes auf. Das tue ich hier mit dieser Zeile. Und die Zeile darunter, damit regele ich, dass ich nur Modifikationsindizes bekomme, die größer sind als 10. Weil ich nicht irgendwelche ganz kleinen, trivialen Änderungen angezeigt haben möchte. Hier sehen wir jetzt vier Zeilen, also mit vier Modifikationsindizes. Die Modifikationsindizes sind in dieser Spalte. Das ist eine grobe Schätzung, um wie viel der Schi-Quadrat-Test besser würde, wenn man die entsprechende Veränderung vornimmt. Und diese Veränderung, das sehen wir hier. LHS Left-Hand-Side, OP Operator, RHS Right-Hand-Side. Das heißt, dieser erste Vorschlag sagt, der Faktor visuell soll auch den Indikator X7 enthalten. Der zweite Vorschlag sagt, der Faktor visuell soll auch den Indikator X9 enthalten. Der dritte Vorschlag sagt, die Fehlerterme der Indikatoren X7 und X8 sollen korrelieren. Und der vierte Vorschlag sagt, die Fehlerterme der Indikatoren X8 und X9 sollen korrelieren. Wir sehen hier, wir haben zwei ungefähr gleich hohe Modifikationsindizes. Man nimmt immer nur eine Änderung auf einmal vor. Und insofern ist jetzt die Frage, was wollen wir ändern? Zum einen wollen wir eine Änderung vornehmen, die möglichst viel verbessert. Zum anderen wollen wir aber auch eine Änderung vornehmen, die inhaltlich plausibel ist. Das heißt, man sollte nicht einfach blind irgendwelche Modifikationsindizes folgen, sondern es geht darum, nur Änderungen vorzunehmen, die auch theoretisch Sinn machen. Und das ist auch wichtig, am Ende genau dokumentieren, wenn man die Ergebnisse verschriftlicht, in welchen Veränderungsschritten man das Modell respezifiziert hat. Schauen wir uns mal beide Veränderungen an. Beginnen wir unten mit der Korrelation X7 und X8. Das wäre jetzt dieses Modell. Hier haben wir jetzt noch eine zusätzliche Korrelation zwischen X7 und X8. Macht das theoretisch Sinn? Dafür müssen wir uns jetzt nochmal die Bedeutung der einzelnen Variablen angucken. X7 war Addition auf Zeit, X8 war Zählen von Punkten auf Zeit und X9 war die Unterscheidung zwischen verschiedenen Buchstabentypen. Wenn man sich das anguckt, dann macht dieser Vorschlag tatsächlich Sinn, weil X7 und X8 beides ein bisschen was mit Mathe oder Rechnen zu tun haben. Der zweite Vorschlag war, dass der Faktor visuell auch noch das Item X9 enthält, also dieses Modell. Auch hier, bevor wir überlegen, ob wir so einem Vorschlag folgen, es muss auch theoretisch sinnvoll sein, gucken wir uns hier also nochmal das Item X9 an. Unterscheidung zwischen verschiedenen Typen von Großbuchstaben, mit geraden Linien und mit gebogenen Linien. Auch da macht es durchaus Sinn, dass da auch eine gewisse visuelle Komponente enthalten ist. Also auch dieses Modell hier ist durchaus theoretisch sinnvoll. Ich zeige Ihnen jetzt beide Varianten. Ich kann Ihnen jetzt nicht abstrakt sagen, welche von den beiden die richtigere ist. Das ist an dieser Stelle tatsächlich Interpretationssache. Bei diesem Modell 2, das durchläuft ja jetzt wieder die gleichen Schritte. Modell Spezifikation, hier haben wir unten zusätzlich eine Varianz zwischen den Fehlern von X7 und X8. In dem da die beiden Indikatoren aufgeführt sind und dazwischen diese doppelte Tilde. Das schätzen wir jetzt. Die Evaluation. Der Schiequadrat-Test ist immer noch signifikant, aber er ist besser geworden. Der CFI ist mit Punkt 966 höher als Punkt 95, das ist okay. Der RMSEA ist mit Punkt 066 besser geworden, aber noch höher als Punkt 06. Allerdings ist unten der p-Wert nicht mehr signifikant. Und der SRMR ist auch besser geworden mit Punkt 047. Das ist also ein Modell, wo wir vom globalen Fit her gut mitleben könnten. Als nächstes der lokale Fit. Dazu betrachten wir wieder die Modifikationsindizes. Und wir sehen hier, bei der Einstellung, dass ich nur Modifikationsindizes von größer als 10 haben möchte, bekomme ich gar keine mehr. Das heißt, wir haben jetzt nirgendwo im Modell mehr wirklich große Probleme in bestimmten Teilen des Modells. Also Local Fit ist auch okay. Jetzt geht es noch um die Zulässigkeit der Parameterschätzungen. Zum einen dürfen keine negativen Varianzen auftauchen. Hier sehen wir die Varianzen, alle positiv. Das ist okay. Zum anderen schauen wir uns die standardisierten Ladungen, das sind im Grunde Korrelationen, zwischen den Items und den Faktoren an. Am schönsten sieht es bei sprachlich aus. Da haben wir durchgängig ungefähr gleich hohe und auch relativ hohe Ladungen. Bei visuell und bei Geschwindigkeit ist es nicht ganz so. Das hängt damit zusammen in diesem Beispiel, dass dort die Subskalen deutlich heterogener sind. Das heißt, der Modellfit für dieses angepasste Modell passt soweit. Der Global Fit passte mit den Fit-Indizes. Der Local Fit passte. Wir hatten keine hohen Modifikationsindizes mehr. Und die Parameterschätzungen sind zulässig und plausibel. Was wir jetzt noch machen, wir vergleichen, ob dieses angepasste Modell signifikant besser zu den Daten passt als das ursprüngliche. Das machen wir mit einem sogenannten Likelihood-Ratio-Test oder auch Schiequadrat-Differenzen-Test genannt. Dazu vergleichen wir einfach die beiden Fit-Objekte von der ursprünglichen Schätzung und von der neuen Schätzung. Hier sehen wir die Schiequadrat-Werte für die beiden Modelle, für das neue Modell und für das alte Modell. Das neue ist um 32 besser. Bei einem Freiheitsgrad, der Unterschied ist hochsignifikant. Also dieses angepasste Modell ist signifikant besser als das ursprüngliche Modell. Und das wäre jetzt das Modell, was wir interpretieren könnten. Bei der Interpretation vor allem interessant im Rahmen der konfirmatorischen Faktorenanalyse, wären die Korrelationen zwischen den Faktoren. Hier ist die Korrelation zwischen dem visuellen und dem sprachlichen Faktor. Hier die Korrelation zwischen dem visuellen und dem Geschwindigkeitsfaktor. Und hier die Korrelation zwischen sprachlich und Geschwindigkeit. Und alle drei sind signifikant. Kurz noch demonstriert die zweite Möglichkeit, wie wir unser Modell anpassen könnten. Dass wir statt dieser Fehlerkovarianz eine zusätzliche Ladung für den visuellen Faktor mit dem Indikator x9 einfügen. Hier ist jetzt x9 sowohl enthalten bei der Messung des visuellen Faktors als auch des Geschwindigkeitsfaktors. Hier sehen wir ein sehr ähnliches Ergebnis wie beim anderen angepassten Modell. Das ist auch nicht überraschend, weil der Modifikationsindex ja fast gleich groß war. Wir haben wieder noch einen signifikanten gesamten Modelltest. CFI ist okay, RMSEA ist fast okay, zumindest ist unten der P-Wert nicht mehr signifikant. Und der SRMR ist auch gut. Die weiteren Schritte der Evaluation würden so laufen, wie wir es eben gesehen haben. Welches der beiden Modelle jetzt das bessere Modell ist, von den beiden angepassten Modellen, muss in diesem Tutorial offen bleiben. Das hängt tatsächlich dann auch davon ab, mit welcher Zielrichtung und für welche Fragestellung diese konfirmatorische Faktorenanalyse durchgeführt worden ist. Damit bin ich am Ende mit diesem Überblick über die Durchführung einer konfirmatorischen Faktorenanalyse mit Lawan. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Klicken Sie dazu einfach auf die Schaltfläche unter dem Video. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Auswertungen.